ja weiter geht's ich hatte die letzten 20 sekunden vergessen aufzunehmen was aber nicht schlimm ist weil ich ja sowieso nur durch sand gerannt bin das macht vielleicht sinn ich will mal was gucken jägers bellig polsenschießer interessiert mich nicht wirklich scharfschussbogen was fehlt mir denn dazu grünglanzfragment grünglanzfragment wirklich wohl rücken beutelgewebe obwohl ich echt nicht so sicher bin ob ich bei den blauen da noch viel durch reinstecken soll und eigentlich wollte ich mich hier auf dingsbums konzentrieren auf das lila nur später aber ich könnte gucken was die outfits machen schildwerfer und krallen beutelgewebe voll rücken beutelgewebe und panzerwanderer blitzgewehr ja gut die kacke frau ist jetzt erzwingt 25 26 28 40 ich könnte natürlich das machen dann hätte ich ein bisschen frostschutz großartig Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, das gefällt mir an sich auch nicht schlecht. Lässt mich so ein bisschen agiler wirken. Beutel-Upgrades, ja, das ist doch das, was ich suche. Trankbeutel, brauche ich Eichhörnchenhaut. Eieiei, ist was Schlimmes. Überlegen, ob ich denn noch hier so viele Dingsbombs rumfliegen. Ja, ist egal. Was brauche ich denn hier? So, ich brauche... Kann sich jetzt nur um Monate handeln. Ähm... Ich muss es halt aufschreiben. Eichhörnchenhaut. Zweimal. Helikanfeder. Finde ich ein bisschen übertrieben, dass das so viel ist. Also so viel Variation. Kröten, Echsen, Knochen. Ich könnte natürlich, da ich noch Filzstifte besitze. Gänsefeder. Könnte ich die Dinger eigentlich... ...unten malen. Die müssen nämlich auch langsam leer. Ich will die eigentlich nicht ungebraucht wegschmeißen. Saninchenhaut. Die sind schon Jahre alt. Geha-Feder. Warum muss man denn immer so viele Vögel killen? Für den Beutel doch nicht. Ich meine, ich verstehe es. Wenn es für Pfeile ist, aber... Lachsgeräte. Davon brauche ich eine. Eulenfeder. What the fuck? Pelikan-Gabelbein. Der Nabelschweinknochen habe ich. Prärie-Hundhaut. Oh mein Gott. Mo- What? Mondfischhaut. Oh Mann. also wenn ich das wirklich alles irgendwann upgraden will ich meine wir könnten so durchspielen das läuft ja eigentlich ganz gut Kaninchenhaut ja Kaninchenknochen habe ich die schon na dann ich habe noch keine Lust also ich verstehe es halt wirklich nicht würde es ja mal gerne reinschreiben also gerne mal in die Kommentare raushauen ich finde es ein bisschen übertrieben dass man sich halt komplett nicht ausrückt ne man hätte ja wenigstens mal also egal so das haben wir das ist auch noch alles unbekannt ok so lass mich mal überlegen ich kann ja jetzt unter Wasser atmen dann könnte ich doch theoretisch wieder hier entlang ich meine das wäre hier gewesen ich meine gut Story ist wie gesagt kann ich aus dem Vorrat nehmen wenn ich es brauche was kriegen wir hin oder so so Das stimmt. So, das Schöne ist wenigstens, ich habe hier Ruhe. Sammle den Grünglanz in eine Höhle, um sie abzuschließen, Entschuldigung. Okay. Wenn das nur Grünglanz ist, dann... Das ist halt alles Splitter, ne? Ich brauche eigentlich eher Fragmente und so ein Kram. Wo ich da jetzt auch irgendwo wieder raus? Versunkene Barriere? Kann weggestellt werden. Ja, aber wie? Ja. 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 Das ist schon ziemlich cool. Oh, das ist auch schon wieder. Ja. 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 Nicht da auch. Also das Gleiten gefällt mir ungemein gut. Muss ich ja gestehen. Ja. 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 Na gut. Ja. 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 Dann muss ich mich aber nicht unbedingt hier durchquetschen. Ja. 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 Mmh-hmm. Keine Ahnung, das ist es. Naja, gucken wir mal. Ähm... Keine Ahnung, was das alles ist, ne? Mich reicht es oder jagt es eigentlich? Achso, ich bin ja noch in der Höhle. Laut Spiel. Ich hab das noch nicht entdeckt. Was hab ich denn gemacht? In der Wüste. Tja, dann würde ich sagen... Mir fehlt noch ein Werkzeug. Okay, dann würde ich sagen, mach ich erstmal weiterhin die normale Nebenquest. Wäre, glaub ich, wesentlich angenehmer. Unbekannter Unterschlupf. Warte mal, hier hab ich doch bestimmt auch irgendwo... Ich könnte natürlich auch hier lang gehen. Ich glaub, das mach ich auch mal. Ich glaub, den Part mach ich ein bisschen kürzer, weil ich auch noch ganz dringend auf Toilette nutze. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Macht's gut, Leute. Tschüß!